. Am 12. April haben wir euch unseren Freizeit-Parkschrank vorgestellt. Wir haben das Video mit einem Gewinnspiel verknüpft. Restlos alle, die uns eine Frage gestellt haben, sind im Lostopf gelandet und konnten eine von zwei alten Phantasialand-Ansichtskarten gewinnen. Die Postkarten sind schon längst bei ihren neuen Besitzern angekommen, die wir an dieser Stelle noch einmal beglückwünschen wollen. Allerdings schulden wir euch immer noch unser versprochenes Q&A-Video. Um die lange Wartezeit zu entschuldigen, haben wir uns restlos alle gestellten Fragen vorgenommen und so ausführlich wie möglich beantwortet. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr sie natürlich gerne unter dieses Video posten. Eventuell kriegen wir genug für einen zweiten Part zusammen. Aber nun wünschen wir euch erst einmal viel Spaß mit dem heutigen Video. Wann bzw. was war deine erste Berührung mit Freizeit-Parks oder auch spezifisch mit dem Phantasialand? Wie hat es dir gefallen und was war dein erster Eindruck? Ich war am 22. Juli 1993 zum ersten Mal im Phantasialand. Damals war ich drei Jahre alt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor allem die Themenfahrten toll fand. Und da mich der Park insgesamt ebenfalls begeistert hat, dauerte es etwas länger, bis ich auch mal andere Freizeit-Parks kennengelernt habe. Wer ist wir? Ich höre immer nur die eine uns allen bekannte Stimme. An dieser Stelle blenden wir diese Frage direkt mit ein. Unser Team besteht aus knapp zehn Leuten. Ich übernehme immer nur das Voice-Over, weil ich eine Ausbildung zum Sprecher, Studiosprecher und Synchronsprecher absolviert habe und nebenberuflich in dieser Branche tätig bin. Wer sind denn die Personen hinter diesen interessanten Infos und wie ist eure Begeisterung für das Phantasialand entstanden? Unser Team umfasst ein Altersspektrum von 20 bis 60 Jahren, was ein enormer Vorteil ist, da wir so die gesamte Historie beleuchten können. Dementsprechend ist auch unsere Infoseite ausgerichtet. Völlig egal, mit welcher Generation man aufgewachsen ist, man soll immer wieder mal auf neue interessante Details stoßen. Was ist eure Lieblingsattraktion im Phantasialand? Dazu passend blenden wir diese Frage direkt mit ein. Auch in dieser Hinsicht ist unser Team ausgewogen. Wir haben sowohl Adrenalin-Junkies, die eher auf Taron abfahren, als auch gemütliche Freizeitparkgänger, die sich eher auf Themenfahrten konzentrieren. Mein persönlicher Favorit ist auch nach mittlerweile 15 Jahren die Black Mamba. Wie alt bist du? Ich persönlich bin 31 Jahre alt, allerdings befindet sich in unserem Team auch eine Person, die mittlerweile in Rente ist und den Park seit 1967 kennt. Hast du neben dem Phantasialand noch andere Freizeitparks, die dir gut gefallen? Und wo wohnst du eigentlich? Ich war mittlerweile in unzähligen Freizeitparks und zu meinem Glück kann ich sagen, dass ich meine Erwartungshaltung im Vorfeld immer so anpassen konnte, dass ich bis heute so gut wie nie enttäuscht wurde. Natürlich gab es auch mal den einen oder anderen Park, den man wahrscheinlich nie wieder besuchen wird, aber die kann man an einer Hand abzählen. Neben den üblichen Verdächtigen wie dem Europapark oder Efteling gefallen mir vor allem der Hansapark, der meiner Meinung nach über die zwei besten Coaster Deutschlands verfügt, das Tovaland, Slakharen oder Tripsdrill. Aber auch eher unscheinbare Freizeitparks wie Julianatoren oder das Taunus Wunderland konnten mich mehr überzeugen als so mancher große Park. Damit die Antwort nicht zu ausführlich wird, werden wir morgen ein Video mit unseren Geheimfavoriten veröffentlichen. PS. Ich wohne in Brühl. Jetzt kommen gleich fünf Fragen auf einmal, ich werde sie natürlich nach und nach beantworten. Seit wann seid ihr Phantasialand-Fans? Wie bereits erwähnt, bin ich seit 1993 mit dem Phantasialand verbunden. Was war, ist eure Lieblingsattraktion? Wie aus Frage 4 hervorgeht, ist meine Lieblingsattraktion die Black Mamba. Was sind bis jetzt eure Lieblingsmaskottchen? Diese Frage wurde mir tatsächlich noch nie gestellt, weswegen ich mir darüber noch nie viele Gedanken gemacht habe. Wenn ich mich jedoch für eine Figur entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich Wang oder Quetzal wählen. Wie oft wart ihr ungefähr schon im Phantasialand? Wie oft ich schon im Phantasialand war, kann ich nicht sagen. Es handelt sich entweder um eine hohe dreistellige oder eine niedrige vierstellige Zahl. Viele Besuche habe ich allerdings ausschließlich gemacht, um Informationen aus dem Park zu recherchieren. Auf diese Art und Weise ist schon so mancher Besuch dafür draufgegangen, stundenlang im Themenbereich Deep in Africa zu sitzen und Soundtracks herauszufinden. Ich bin der Meinung, dass man den persönlichen Spaß des Öfteren zurückstellen sollte, wenn man für ein Projekt wie prlinfos.de tätig ist. Habt ihr schon einmal etwas hinter den Kulissen gesehen? Ja, das haben wir tatsächlich. Eines unserer Teammitglieder hat mal einen Platz für eine Backstage-Führung von Mauser Chocolat gewonnen. Und falls Notausgänge auch zählen, ich wurde schon von der Geisterrikscher und Riverquest evakuiert. Was ist eure Hassliebe-Attraktion? Eindeutig Vakubato. Wenn man sich die Neuheiten der letzten Jahre anschaut, wurde man als Phantasialand-Besucher ziemlich verwöhnt. In einem Zeitraum von 15 Jahren wurden Top-Attraktionen wie die Black Mamba, Talocan, Mauser Chocolat, Chiapas Tharon und Fly eröffnet. Vakubato tanzt in dieser Hinsicht ein wenig aus der Reihe, was dazu führt, dass man der Attraktion hin und wieder ein paar destruktive Adjektive an den Kopf wirft. Aber ganz ehrlich, wenn ich dann mit Vakubato fahre, finde ich das Ding ganz in Ordnung. Die Attraktion ist ruhig, idyllisch, vergleichsweise lang und entspannend. Wisst ihr, ob man die Phantasialand-Magazine noch kaufen kann? Im Park selber werden die Magazine nicht mehr verkauft. Wenn überhaupt, bieten sich diesbezüglich nur noch bei eBay-Erfolgschancen. Was bist du damals als erstes im Phantasialand gefahren? Meine erste Phantasialand-Attraktion überhaupt war die Geisterrikscher. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass wir bei meinem ersten Besuch auf dem Parkplatz Chinatown geparkt haben. Wie bist du auf den Namen PHL-Infos gekommen? Das Phantasialand wird mehr oder weniger offiziell mit PHL abgekürzt. Soviel ich weiß, ist dieses Kürzel sogar auf den Shuttle-Bussen des Parks zu finden. Und die Infos verstehen sich von selbst. Wir wollten eine Seite erstellen, die sich auf die Fakten konzentriert. Wir betonen oft, dass nicht wir im Vordergrund stehen, sondern die Informationen, die uns das Phantasialand liefert. Diese Grundeinstellung hat sich bis heute nicht geändert. Diese Frage hätten wir übrigens auch von Kay Ray beantworten lassen können. Ja, PHL-Info, darüber wollte ich reden. Wir haben PHL gerne, Ivan. PHL-Info ist da. Das heißt Phantasialand-Info. Ihr müsst wissen, ich bin ein großer Fan von Phantasialand. Ich kann euch viele Geschichten erzählen. Welche Attraktion würdest du am ehesten zurück in die jetzige Zeit holen? Ich würde mich wahrscheinlich für keine Attraktion entscheiden, die ich kennengelernt habe, sondern für eine Attraktion, die ich nicht gefahren bin. Ich finde es nämlich interessanter, eine neue Entdeckung zu machen, als Altbekanntes zu wiederholen. Hierbei würden mir in erster Linie die Oldtimer-Bahn oder der Western Express einfallen. Findet ihr es sehr traurig, dass im Phantasialand mittlerweile viele alte Attraktionen nicht mehr existieren oder trauert ihr dem Ganzen gar nicht nach? Wenn man mit Attraktionen wie der Gondelbahn oder der Silbermine aufgewachsen ist, ist es im ersten Moment natürlich immer seltsam, wenn diese Fahrgeschäfte plötzlich nicht mehr existieren. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich früher ziemlich nostalgisch gewesen bin, mit der Zeit aber erkannt habe, dass Nostalgie eine ziemlich hohle Emotion ist, die sich darüber hinaus auch noch vollkommen individuell herausbildet. Man vermisst schließlich nicht die Attraktion an sich, sondern die Zeiten, die man mit ihr verbindet. Das ist wie die berühmte und inflationär gebrauchte Aussage, dass man seine Schulzeit mal vermissen wird. Man vermisst nicht die Schule als Institution, sondern die Begleitumstände aus seiner Kindheit und Jugend. Ein Beispiel. Viele Leute aus meiner Generation vermissen das Space Center. Dass es Menschen gibt, die mit der Oldtimerbahn und dem Western Express aufgewachsen sind und die vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen hochgradig auf das Space Center pfeifen, kommt ihnen dabei nicht in den Sinn. Das ist allerdings nicht als Vorwurf zu verstehen, sondern lediglich eine Erfahrung, die ich über die Jahre gemacht habe. Wie kam es zur Gründung von PAL-Infos? Die ersten Texte für PAL-Infos.de habe ich im Januar 2013 verfasst. Ursprünglich waren sie nicht allzu ernst gemeint und eigentlich waren sie für eine andere Plattform gedacht. Da der Inhaber derselbigen jedoch meinte, sich sein Arbeitslosengeld durch mehr als fragwürdige Aktionen und sogenannte Spenden aufzustocken und uns über die Finanzen trotz mehrfacher Nachfrage nie in Kenntnis zu setzen, haben wir uns mit der Zeit von ihm distanziert. Aus diesem Grund haben wir das Projekt im Jahr 2014 abgesondert verwirklicht. Eine Hintergrundinformation zu meiner Person. Ich bin seit 2007 in einem Forum aktiv, das sich ehrenamtlich gegen Abzocke in TV, Radio und Internet engagiert. Ich habe mir etliche Stunden und Nächte um die Ohren gehauen, um diverse Call-In-Sendungen zu beobachten und zu protokollieren. Diese Tätigkeit führe ich bis heute aus. Was für ein rückgratloser Heuchler wäre ich also gewesen, wenn ich hier weggeschaut oder sogar mitgemacht hätte? Umso wichtiger ist uns heute, dass wir ein authentisches und vor allem für die Nutzer transparentes Projekt unterhalten, das zugegebenermaßen zwar etwas langsam arbeitet, aber restlos alles für die Community produziert und sich nicht hintenrum in die private Tasche wirtschaftet. Und falls es jetzt Leute gibt, die sagen, dass wir mit YouTube Geld verdienen, unsere Einnahmen reichen gerade einmal, um die laufenden Kosten zu decken. Im Jahr 2020 hatten wir einen Gewinn von 8,50 Euro. Und wenn man sich anschaut, was wir für Gewinnspiele auf die Beine gestellt haben und immer noch stellen, kann man sich locker ausrechnen, dass wir hoffnungslos draufzahlen. An dieser Stelle ein ernst und vor allem gut gemeinter Ratschlag. Wenn Fanprojekte Finanzen ins Spiel bringen, egal in welcher Form, seid grundsätzlich immer skeptisch und fangt an, die Dinge kritisch zu hinterfragen. Es gibt keinen einzigen Grund, warum der Betreiber eines Hobbyprojekts sich an seinen Nutzern bereichern sollte. Wenn wir über ein simples T-Shirt reden, das für einen handelsüblichen Preis zu erwerben ist, will ich darüber nicht urteilen. Aber wenn es so weit kommt, dass monatliche Spendenziele auf der Startseite positioniert werden, um eine Art finanziellen Druck auf die Community auszuüben, oder dass Touren genau so viel kosten, dass die Benutzer für den Betreiber mitzahlen, ist der gute Geschmack längst und weit überschritten. Mich würde interessieren, ob ihr die Corona-Zeit auch nutzen konntet, prl-infos.de anzugehen. Ihr hattet mal geantwortet, dass ihr sie überarbeiten wollt. Updatet mich mal bitte. Aktuell haben wir alle viele private Baustellen. Sie gehen von beruflichen Verpflichtungen über Hochzeiten bis hin zu Dingen, die man für eine Kleinigkeit halten könnte, was sie jedoch mitnichten sind. Ein Beispiel, ich bin gerade dabei, die Freizeitpark-Soundtracks meiner Verlobten und mir zu archivieren. Klingt einfach, ist es aber nicht, wenn man sich diese Menge anschaut. Und ihr seht hier nur die Hälfte. Die andere Hälfte haben wir digital gekauft. Was würdet ihr im Phantasialand ändern, wenn ihr könntet bzw. was hättet ihr anders gemacht, geplant, gebaut? Ich finde es schwierig, Fragen zu beantworten, die auf das Know-how einer bestimmten Berufsgruppe abzielen. Freizeitparks sind wie unsere Nationalmannschaft. So, wie wir 82 Millionen Bundestrainer haben, haben wir manchmal auch einige tausend Parkbetreiber. Ich würde mir wünschen, dass manche Leute sich hierbei ein wenig mehr zurückhalten und nicht permanent im Konjunktiv leben würden. Natürlich gibt es Dinge im Park, die einem nicht gefallen und über die man eventuell auch mal sagt, dass man sie unnötig findet oder anders gemacht hätte. Aber meiner Meinung nach steht es mir nicht zu, ohne das nötige Hintergrundwissen voreilige Kritik zu üben. Und wenn doch, gehe ich in den Gästeservice und verbinde mein Anliegen mit Verbesserungsvorschlägen. Unser YouTube-Kanal wurde am 2. Dezember 2013 gegründet. Ursprünglich war er nur ein Archiv mit nicht gelisteten und privaten Videos. Ab und zu haben wir mal was veröffentlicht, aber eigentlich haben wir YouTube immer etwas stiefmütterlich behandelt. Erst mit der Corona-Pandemie sind wir auf die Idee gekommen, spezifische Inhalte wie die Fakten-Akten zu produzieren. Der Hintergrundgedanke war, dass unsere Abonnenten trotz des Lockdowns was vom Phantasialand haben sollten. Wir rechneten nicht damit, dass die Videos so beliebt werden, sondern dachten, dass wir nach wenigen Wochen bereits wieder in der Versenkung verschwinden. Ihr habt uns jedoch das Gegenteil gezeigt und dafür danken wir euch. Glaubt ihr, dass das Phantasialand jemals die Chance bekommen wird, sein Gebiet zu erweitern? Ich verfolge die Debatten über die Phantasialand-Erweiterung schon seit 20 Jahren. Am 11. Juni 2015 war ich bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des Moderationsverfahrens. An diesem Tag habe ich live mitbekommen, wie verhärtet die Fronten teilweise sind. Aus diesem Grund glaube ich erst an die Erweiterung, wenn die ersten Bäume fallen. Was ist euer Lieblings-Soundtrack aus dem Park, Themenbereich und Attraktionen? Bevor ich jetzt einen Musiktitel von ImaScore erwähne, entscheide ich mich für den Soundtrack aus dem ThingU Palace. Meiner Meinung nach wäre er bei den Celebration Days ein besseres Finale gewesen als Templo de Fiesta. Lieblingssnack nach Churros. Ich muss ehrlich sagen, dass ich im Phantasialand kaum noch Snacks zu mir nehme, sondern eher richtige Mahlzeiten aus den Restaurants. Aber ich gebe dir recht, dass Churros leider unverschämt gut schmecken. Leider sind sie ein Garant für Hüftgold. Was ist der Most Useless Fact aus dem Phantasialand, den ihr kennt, und woher wisst ihr das? An dieser Stelle verweise ich auf unsere Kurzreihe Nerdfakten aus dem Phantasialand, die viele nutzlose Informationen enthalten. Wir haben sie allesamt selber recherchiert. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Zu meinen Fragen. Wie oft wart ihr schon im Phantasialand? An dieser Stelle verweisen wir auf unsere Antwort bei Frage 7. Vom Phantasialand haben wir so gut wie alle Parkpläne. In Bezug auf die Soundtracks werde ich meine Antwort jedoch allgemein halten. Wir haben knapp 200 Stunden reine Freizeitpark-Soundtracks. Die Fremdwerke, die in den Parks benutzt werden, habe ich hierbei nicht berücksichtigt. Und ja, wir haben uns restlos alle davon gekauft. Meine Frage an euch. Was denkt ihr kommt als nächstes ins Phantasialand? Denkt ihr, die Hollywood-Tour muss weichen? Ich glaube, die Frage ist nicht, ob die Hollywood-Tour abgerissen wird, sondern wann. Mit Blick auf die Social-Media-Kanäle des Parks kann man relativ einfach herausfinden, welche Attraktionen für das Phantasialand keine Rolle mehr spielen. Vor ein paar Monaten haben wir ein Video zu unserer Tikal-Theorie hochgeladen, die ich eigentlich schon vor fünf oder sechs Jahren entwickelt habe. Eventuell beantworte dieses Video deine Frage ausführlicher, auch wenn ich nicht unbedingt glaube, dass dort direkt die nächste Baustelle zu finden sein wird. Von welchen Jahrgängen gibt es offizielle Phantasialand-Parkhefte? Oder wie viele Parkhefte gab es überhaupt? Orsatialand-Parkhefte? Also sehen wir Ihnen durch. FANTA-SAND Woher kriegt man von FANTA-SAND alte Fahrpläne her von Phantasialand? Ich gehe davon aus, dass Parkpläne und Parkhefte gemeint sind. Diese Frage haben wir bereits beantwortet. Was war die aufwendigste Produktion? Unsere wohl aufwendigste Produktion war die Ankündigung für unseren Adventskalender 2019. Das Video ist zwar nur vier Minuten lang, jedoch war im Vorfeld unfassbar viel Vorarbeit zu leisten. Wir mussten die Figuren entwickeln, sie in eine passende Geschichte einbauen, Kostüme und Ausstattung besorgen und ein Skript entwerfen. Das hat ein paar Monate in Anspruch genommen. Die ersten Ideen kamen uns im April 2018, gedreht haben wir den Kurzfilm erst im August 2019. Ich weiß noch, dass es brütend heiß war und wir in unseren Kostümen ordentlich geschwitzt haben. Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten, da ich mittlerweile ein paar tausend Attraktionen gefahren bin. Wenn man von mir jedoch eine Entscheidung verlangen würde, würde ich höchstwahrscheinlich den fliegenden Holländer in Efteling wählen. Die Attraktion ist Achterbahn, Wasserbahn und Themenfahrt in einem, meisterhaft thematisiert und ein Fest für die Ohren. Quasi das Überraschungsei unter den Freizeitparkattraktionen. Wer ist denn der tolle Sprecher, der sollte mal in einem Video erwähnt werden, da er es verdient hat? Wie bereits erwähnt bin ich ausgebildeter Sprecher, Studiosprecher und Synchronsprecher. Diese Tätigkeit ist jedoch nur mein zweites berufliches Standbein. Ich bedanke mich natürlich für das Lob, möchte aber nochmal betonen, dass die Inhalte unserer Videos immer und jederzeit im Vordergrund stehen, weshalb ich nicht allzu viele Details über mich preisgeben werde. Bei manchen Freizeitparkseiten hat man leider das Gefühl, dass es genau umgekehrt läuft und über die Informationen ein Personenkult aufgebaut werden soll. Dabei sollten wir uns immer vor Augen halten, dass restlos alle Freizeitpark-YouTuber auf die Freizeitparks angewiesen sind und nicht umgekehrt. Am meisten Spaß macht es, die Leute mit neuen Inhalten zu überraschen. Dabei ist es egal, ob es sich hierbei um Faktenakten, ein Quiz oder ein Baustellenvideo handelt. Ein persönlicher Favorit von mir sind zum Beispiel die Vorher-Nachher-Vergleiche, weil sie auch mal ohne meine Stimme auskommen. Aus unserem Team arbeitet niemand in einem Freizeitpark und ich muss persönlich sagen, dass mich diese Arbeit auch nicht reizt, da ich mir vorstellen könnte, dass die eine oder andere Illusion zerstört wird, wenn man zu viel hinter den Kulissen mitbekommt. Ich finde es wesentlich besser, Beruf und Hobby zu trennen. Wenn ich nochmal eine alte Phantasialand-Attraktion fahren könnte, die ich kennengelernt habe, würde ich Galaxy nehmen. Ich bin im Alter von sieben Jahren zum ersten Mal auf diesem Simulator gewesen und war mächtig beeindruckt. Diese Faszination würde Galaxy heute natürlich nicht mehr auf mich ausüben, aber meiner Meinung nach war er viel besser als sein Nachfolger. Zumal zwischen der Eröffnung und der Umgestaltung lediglich elf Jahre lagen. Das wäre so, als wenn man heute das komplette Wusttal umgestalten würde. Für die nun folgende Antwort werfe ich drei Euro ins Phrasenschwein. Die Mischung macht's. Ein Park, in dem lauter Achterbahnen stehen, würde mir nach wenigen Stunden genauso auf die Nerven gehen wie ein Park, der lediglich langsame Fahrgeschäfte aufweisen kann. Ich gehöre zu den Menschen, die eine gut gestaltete Themenfahrt gerne mal eine Achterbahn vorziehen. Im Phantasialand genieße ich als Clubmitglied außerdem den riesigen Vorteil, dass ich mich völlig unbeschwert durch den Park bewegen kann und nicht den Druck verspüre, gewisse Attraktionen auf jeden Fall fahren zu müssen. Leider nehmen manche Jahreskarteninhaber diesen Luxus irgendwann nicht mehr wahr. Das war unser erstes Q&A-Video. Wie wir bereits erwähnt haben, könnt ihr uns gerne weitere Fragen stellen. Eventuell kriegen wir genug für einen zweiten Part und auf Dauer sogar eine kleine entsprechende Reihe zusammen. Bis dahin wünschen wir euch noch eine fantastische Woche. Bis zum nächsten Mal. Eure Phantasialand-Infos. Eure Phantasialand-Infos. Eure Phantasialand-Infos. Eure Phantasialand-Infos. Eure Phantasialand-Infos. Eure Phantasialand-Infos. Untertitelung des ZDF, 2020